Bereit? Ja. Okay. Das wird nix heute. Wenn ihr den Aufbau und die Reihenfolge versteht, war scheiße. Gelaber, fang ich nur von vorne an. Geil. So. Also ich komm mit anderthalb Stunden, komm mal nicht hin. Kommt der Einsatzbefehl? Ich hab nix gemacht. Kommt der Einsatzbefehl? Ich kann den gerade nicht. Das ist eine Entschuldigung. Das hab ich auch noch nicht. Kommt der Einsatzbefehl. Angriffsgruppe zur Menschenrettung. Ich kann hier nicht in den Augen gucken. Ich kann nicht die Hand nehmen. Ich kann nicht die Hand nehmen. Ich kann immer nicht ernst nehmen. Sorry. Ich guck weg. Es gibt's doch. Ich guck dich an. Ja. Ich guck einfach hier vorbei. Wieso? So zwischendurch. Okay. Also ich kann hier noch. Das ist schlecht. Ich würde jetzt nochmal ein Einsatzbefehl machen. Und vielleicht ein bisschen langsamer. Halbe Geschwindigkeit. Ja, ich glaub das war ein bisschen schnell, oder? Gibt's Einsatzbefehl? Angriffsgruppe zur Menschenrettung. Auf die Gitterbox. Hey, das war lustig. Guck mich da nicht so an. Ich hab mich nicht schon so. Jetzt der Einsatzbefehl. Angriffsgruppe zur Menschenrettung. Auf die Gitterbox. Über 4-teilige Steckleiter vor. Zur Menschenrettung auf die Gitterbox. Hör auf alles an. Warte, warte, warte. Der Amtick ist immer hinguckt. Ich will zum Kotzen. Tut mir leid. So. So. Hendrik, du bist so wie ein gesteinertes Gesicht. Ja. Oh, der Willi, ey. So. Jetzt Einsatzbefehl. Angriffsgruppe zur Menschenrettung. Auf die Gitterbox. Über 4-teilige Steckleiter vor. Zur Menschenrettung auf die Gitterbox. Über die 4-teilige Steckleiter vor. Als. Das Auto. Dösst. vor sich sicher. Also noch. Duw so. Auf die Gitterbox. Also, messst einsig.